Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Video mit mir. Heute gibt es kein Kochvideo, sondern mal ein Video, in dem ich euch meinen zweiten Kanal hier auf YouTube vorstellen möchte. Und zwar heißt der Einfach Melody. Und auf diesem Kanal geht es um alles, außer ums Kochen eben. Denn dazu dient ja dieser Kanal hier, Kochen mit Melody. Und das heißt, es gibt momentan sehr viele Mama-Themen-Videos auf meinem Kanal. Einfach Melody, weil ich eben vor eineinhalb Jahren Mama geworden bin. Themen wie, wie pumpt man Milch ab oder der erste Sex nach der Geburt. Darüber habe ich auch mal ein Video gemacht, weil ich das wirklich ein sehr wichtiges Thema fand damals. Ich habe auch über mein Wochenbett gesprochen. Es gab Videos, ja, meinen Geburtsbericht gab es noch. Es gibt immer wieder mal DM-Halls. Es gibt Themen rund um das Thema Kind. Aber es geht auch um andere Themen, also jetzt nicht nur um das Thema Mama. Übrigens gab es auch ein Video, das ich gedreht habe. Und zwar habe ich darüber geredet, wie ich 23 Kilo abgenommen habe. Also wenn euch das interessiert, dann schaut euch unbedingt dieses Video an. Und alle Videos, die ich jetzt erwähnt habe, die verlinke ich euch auch hier unten in die Infobox. Aber schaut gerne mal auf dem Kanal auch selbst vorbei, denn es gibt viel, viel mehr Videos. Ich kann euch jetzt nicht alle in die Infobox verlinken. Deswegen schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dort noch mehr Zuschauer erreichen kann. Deswegen würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da draußen, meine Zuschauer von Kochen mit Melody, auch meine Zuschauer werdet von einfach Melody. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wer mich dort alles abonniert. Also sagt gerne auch mal hier unten in den Kommentaren Bescheid, ob ihr es getan habt. Oder vielleicht interessiert es euch auch nicht und ihr mögt mich einfach nur beim Kochen. Das war es eigentlich schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie davon überzeugen, mal vorbeizuschauen auf meinem zweiten Kanal. Und ja, folgt mir auch gerne auch auf Instagram. Da bin ich unter kochen mit Melody zu finden. Da würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch eine ganz tolle Woche. Und natürlich gibt es nächsten Montag wieder ein Kochvideo für euch. Bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017